Noch nie, noch nie hab ich da ein Ding mehr mitgenommen. Wo kommst du denn her? Tlinger! Tlinger! Was kannst du eigentlich? Wo kommst du denn auch mal her? Wirklich, ich bin die ganze Zeit da gefahren. Du kannst auch nicht! Ich seh dich da hinten rausbiegen, will hier ums Eck. Aber schön geschmeidig, schön Handbremse angerissen und was passiert? Julli-Peter kracht mir natürlich wieder volle Granate in... Also volles Ballett in die Seite. Und... Und...